Ich fühle mich so ein bisschen neu auf dem Server gerade, ich war ja nun irgendwie eine Zeit lang nicht da, war so ein bisschen krank und ja, konnte daher nicht aufnehmen, so Nebenhöhlen waren dann auch noch irgendwie zwei Wochen fast ungefähr dicht und da wollte ich dann lieber nicht riskieren, ich glaube man hört es auch immer noch so ein kleines bisschen, angeschlagen bin ich da nach wie vor noch. Ähm, so, äh, wow, ich, äh, Fast Move, ähm, ja, no fast privilege, da, äh, müsste wohl noch mal jemand dran, würde ich sagen. Gut, das heißt, äh, diese Folge ohne Fast Move, äh, dafür ein, äh, kleines bisschen lauter als die letzte Folge, denn, äh, es ist Sonntag, äh, Mittag, 13 Uhr und, ähm, ja, das ist immer noch kaputt und, äh, die Nachbarn, ähm, ja, die schlafen jetzt wahrscheinlich nicht. Und falls doch, tut es mir natürlich ganz, ganz schrecklich leid. Oh! Hehehe, nein, ähm, eigentlich doch, oder nein? Ach, guck mal hier, ich habe Diamanten und, äh, ein Mies... Oh, 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 äh, ja, ich lass das erstmal drin, das ist wertvoll. Ähm Dein Lieblingspokon Hä? Verstehe ich nicht Sind jetzt hier schon Graffitis an den Wänden Das wird ja immer schöner hier So zum, äh Ohne Fast Move, das ist so ein bisschen ungewohnt Gut, dann, äh Wandere ich mal ganz gemächlich Äh, da hinten irgendwo hin Und, äh Hau mal ein paar Schafe, weil ich brauche ein bisschen Wolle Nachher noch Ähm, zack, danke Und dann gucke ich mir das hier mal alles Ein bisschen an, was sich hier getan hat So, Jobcenter Ähm Noch ist es leer Äh, leer Äh, noch ist, äh, nichts weiter Da gewesen, gemacht, getan So, dann Hier ein weiteres Wohnenhäuslein Hallo Schaf, danke Na komm, gib Gib jetzt Raus hier Danke So Na Das ist doch gemütlich hier So, ist doch gerade das Schaf runtergefallen? Ja, das ist, ist okay Dann stirbt es So, dann Ah Ja, ja Ohne Fast Move ist Das ist doof Naja, egal So, dann Hier weiter Schafe hauen Danke Unterschiede in der Lautstärke angeht Ähm, falls nicht Dann tut mir das natürlich schrecklich leid Allerdings ist es so, dass die Audiospuren, äh, trotz anderslautender Einstellung Alle in, äh, ja, in einem Stream drin sind Warum auch immer Wäre natürlich schön, wenn in der Audio-Datei, äh, in der resultierenden Videodatei Wirklich alle Tonspuren, so wie auch angegeben in der Konfiguration des Programms, ähm, auch tatsächlich in eigenen Tonspuren werden Aber man kann ja nicht alles haben Dafür funktioniert die Aufnahme doch deutlich, äh, gewick, deutlich flüssiger als, äh, mit gewissen anderen Tools Und von daher Bleib ich da so auch erstmal bei Hm So Wie viel hab ich denn jetzt überhaupt schon? Ach, dieses Blöde Kann man das nicht irgendwie ausschalten? Ne, leider nicht, ne? Naja, was soll's Bestmöglich ignorieren, dann passt das schon So wie das Schaf hier zum Beispiel Gerade die Schläge Naja Ähm Na komm, komm So Dann haben wir nämlich gleich mal einmal rum hier Und dann guck ich mir mal die Arena von innen an Da hat sich doch bestimmt auch schon wieder ein bisschen was getan Ja Ja, komm, danke Ach ne, fast Ist ja nach wie vor dicht Lalalala Gut, dann, ähm Gucken wir doch mal Ich könnte immer irgendwas Tolles erzählen Aber das hab ich glaube ich schon mal gesagt Mir fällt immer nicht Tolles ein, was ich erzählen könnte Deswegen Lauf ich Einfach nur so ein bisschen durch die Gegend Und, äh Hau so ein bisschen Schafe klein Egal, da hinten ist So, ich denk mal Hier soll noch mit Cobblestone zu Guck mal, ich bin Ich bin so ein guter Mensch Ich bin so ein guter Mensch Das glaubst du nicht Das glaubst du nicht Wie gut ich bin Da kommt auch gleich schon der Geist raus Als Belohnung Oh So So gut bin ich So gut bin ich Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn Und Dann machen wir hier unten nämlich auch nochmal Ja, kommt mal raus Ihr sterbt sowieso gleich Dam, 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 dam Hallo Zombie Dam, 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 dam Und die letzten beiden Dam, dam, so Oh, gern geschehen So, dann hier hinten Da hatte ich ja gesagt Ich wollte mal hier mal Irgendwo so ein bisschen gucken Dass ich da mal so ein bisschen Was baue Hab gedacht So eine kleine Strandhütte Oder sowas Aber jetzt haben wir hier den Doch sehr großen Beeindruckenden Aufstieg Da wollen wir natürlich auch Ein beeindruckendes Häuschen hinbauen Irgendwann mal Gut, im Inneren selbst Bis auf den Zaun Hat sich da jetzt noch nicht so viel getan Das Dach hat sich ein bisschen verändert Hier Das Man kommt hier nicht mehr einfach drauf Man kann hier nicht einfach hochklettern Das ging ja vorher irgendwie Aber sehr schön Und Gehen wir hier mal wieder Außen runter am Abstieg Ups Pam So Holz Muss ja gleich mal gucken Ein bisschen Holz habe ich noch da Das heißt Ach nö Da springe ich jetzt nicht hinterher Das heißt Ich Gehe mal langsam auf den Rückweg Und gucke dann mal Dass wir ein bisschen Möbel machen gleich Ach ihr blöden Geister So Können wir hier auch noch mal reingucken Alles sehr hell Sollte das nicht eine Kirche werden Die Kirchen sind aber immer so ein bisschen Düster und Und gemütlich Das sieht richtig schön hier Richtig schön gemütlich aus Und vor allen Dingen schön hell So Hin watscheln Hin watscheln Hier kann man auch noch mal gucken Ganz gemächlich Man merkt schon Es wird eine Sehr Gemächliche Folge heute Würde ich sagen Mäh Gemächlich Ah so Komm Hier Wolle Danke Danke Jetzt geh weg Und Klingt auch schön So La 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 Watschel 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 Ja Warum nicht Kann man den Wald gleich Kann man den Wald gleich mal so ein bisschen sinnvoll nutzen So Mal Kakaobohnen Haben wir dann auch schon mal Dahin 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 So Ups Gut Hier ist schon finster Wollen wir ein paar Fackeln hinstellen irgendwie Aber nicht so Nicht so Argt dunkel Hat hier Guck Schon ist es ein bisschen heller Man muss auch nicht zu viel sein Man muss ja nicht übertreiben Aber So ganz schwarz Ist halt auch immer nicht so geil Ist was gegen Schwarze gesagt oder was Ja Genau Ist klar Ne ne Natürlich Ja was denn auch sonst Nur weil es dunkel ist Ist was gegen Dunkel gesagt oder was Ja Ach Ja Ach wie hoch sind wir denn Aha Aber ehrlich der Ausblick ist schon Oh guck mal da hinten lädt es nicht Der Ausblick ist aber schon immer geil Das ist schon Das ist schon cool Zack So Wenn wir doch hier nochmal reingucken Jetzt wird auch so ein bisschen was getan Oder Halloween Halloween So Ah ja hier der Fahrstuhl So wir gehen das Tür auf Reinstellen Blackjack Castle Da bin ich doch jetzt oder Äh Ja Da bin ich jetzt Und wenn ich jetzt runterfahre Dann bin ich Hier unten irgendwo Mhm Ah ne 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 Das ist mir hier zu dunkel Mh Fahren wir mal hier hin Ah hier ist der Ah Ah Und Ja Und Ja Weil Ah Dann fahren wir wieder nach oben So Ähm Hallo Hallo So Ja geht doch Äh Hier so ein Fahrstuhl nach oben Wäre vielleicht auch noch cool oder Dass man hier Nicht die Treppe hochlaufen muss Und auch hier mal oben Kommt bestimmt noch Hier oben ist er auch noch nicht fertig So Dann haben wir doch hier bestimmt auch noch irgendwas Tolles Ganz weit oben Ganz weit oben Und da hinten ist Äh Ist das Das ist ne Ich hab ja in meiner Äh Total ausgeschlafenen Top super Motiviert Äh Aufgedrehten Hyperfolge Bin ich da ja hundertmal an dem Fahrstuhl dran vorbeigelaufen Das war sehr gut Ähm Alter aber ganz ehrlich Es gibt übrigens ne Ich weiß nicht ob das noch aktuell ist Wenn nicht Äh Straft mich Lügen Es gibt übrigens eine Crowdfunding Kampagne Vom Welten 60 Einen neuen Server zu schaffen Äh Bitte mal alle Auf den Link klicken Wenn es die Kampagne tatsächlich noch geben sollte Und ich da nicht nur wieder im Fieberwahn halluziniert habe Äh So Weil äh Ja Coole Sachen müssen unterstützt werden Eindeutig Und äh Der Block League Server Der gehört definitiv zu den coolen Sachen Bis auf irgendwo den Vulkan da hinten Aber der ist ja glaube ich Äh Sowieso tot Ne egal So ich äh Home mich mal eben einfach Weil dann muss ich nämlich nicht erst hier hin watscheln Und dann watscheln wir nämlich einfach einmal Ich will nämlich doch nochmal Äh Skyland Sky City Skyland Ich wäre für Skyland Ganz einfach deswegen weil es geht Nein Weil es äh Ein bisschen wie Dryland klingt Und äh Jeder der jetzt Bei dem jetzt die Glocken klingeln Äh Ist gut Falls nicht Äh Dann wohl nicht Ne So Hier ist nämlich der Werteheraufzug Sky City Tada Gut Dann haben wir nämlich hier Oh 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 Es geht tief runter Ja wir haben ja schon Festgestellt Schluck Kakao Schluck Kakao Nö also da hinten tut sich nichts Äh Weil Ist so Aus Gründen Dafür gehe ich jetzt hier aus Gründen Einfach Einfach mal runter Oh Hä Läuft bei dir Einfach mal in der Luft stehen geblieben Auch gut So Dann gucke ich doch mal hier Was sich am Lager getan hat Hier hat man ja schon gesehen Hier sind jetzt die ganzen Kisten weg Da ist jetzt nur noch der Ofen Die Sortierkiste Ne Reinschmeißen Und blablub Deine bitte ins Brief In Äh Pits Briefkasten Ähm Ja aber ich glaube Da kann man keine Fackeln draufstellen Das wird ja auch episch aussehen Aber die sind nur halbe Halbe hoch Schade Aber coole Idee Ähm Hier unten Ähm Ja Nö Nö Und hier So Hier unten kann man gucken Hier kann man gucken Das coole neue Sortiersystem Das muss ich doch jetzt mal schauen Maschinenraut Die fertigen Oh Alter Das heißt Hier gehen Erze rein Die werden hier durchgepumpt Den MV Grinder Weil Ähm Dingserze geben Äh Äh Erzpulver gibt dann zwei Hier wird gebrannt Das wird weitergedingst Teleporting Äh Teleporting tubes sind öde Ähm Äh Okay Äh Ja Geil Sehr geil Sehr Sehr Geil Super geil Super super geil Super geil Ja und hier ist dann halt Sortierung Ähm Ist jetzt alles Ne Haben die Die Kollegen so ein kleines bisschen umgebaut Alles Ne Das funktioniert alles ein kleines bisschen anders jetzt Vom Prinzip her ist aber immer noch das gleiche in grün Ne Es wird halt sortiert Und äh Hier ist noch nichts weiter sortiert Hier ist noch alles irgendwie Ohne irgendwas Ja aber die andere Seite Das ist schon Schon sehr geil Super super geil Super geil Ja ich find's schön wie das Server sich entwickelt Ich bin zwar nicht so oft da weil ähm Wenig Zeit und ähm Andere Spiele und so Und äh Aber Ähm Samenlang Pfff Och Leute Herzhaft Gummibornblätter Möcke Na Guckst du mit oder was Ja guck mal hier Hier ist eine Müllkiste Äh ganz viele Müllkisten sogar Oh Junge Du gehst mir grad so ein bisschen äh Zu sehr in meinen persönlichen Nahbereich Geh mal weg So Ähm Was so alles als Müll bezeichnet wird ne Unknown Items auch Auch wieder Aber Äh Pff Komm das ist meine Das hat jemand weggeschmissen Das ge Äh Äh Muss man jetzt hier unten auf das Ding drücken oder was Ach ey Ah Naja Ähm So Müllkisten Grünbomblätter Samenbank Oben unten oben unten Tatsache Ernsthaft Obwohl Ja Ich glaub Gemüse Hm Habe ich noch Gemüse Ich hab noch Gemüse Ich tausche mal ein bisschen aus hier So Aber nicht alles Sondern nur die Hälfte So Da Tür und Zäune Eisen Okay Mitril Gold Oh Oh Das mit dem automatischen Brennen finde ich übrigens sehr sehr geil Super geil Super geil So So hier Granit und Kaktussen Kaktussen haben wir ganz viele Zins, Silber, Miese Kupfer Eisenwerkstoffe Achso Eisendings Weizen Stammholz Komm Weißt du schön ist Ich nehm ja da einfach mal ein Stack Oben Treppen Oben Mücke Alte Müllkiste Ähm Das ist aber kein Müll Das ist wertvoll Schmeiß das mal bloß nicht weg Mh Fuel Info Info Generator Ja den braucht man jetzt auch nicht mehr Ne Mh 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 Obsidian Schad Mh Mh Meine Güte Du warst ja bis in zwei Wochen nicht da Ne Und Schon geht fast Muten nicht mehr Und die ganze Lager ist umgebaut Äh Die Kisten könnte man doch eigentlich auch irgendwie in die Ne Doch Würde Würde vielleicht sogar gehen Du könntest ja auch die Kisten von unten Betreiben Oder Oder befüllen Ich weiß es nicht Aber so sieht es halt aus Ähm Gut dann Zack Hier wieder zu Dann gehen wir hier mal wieder hoch Und weil es so schön ist Einfach einmal nach Hause Ich hoffe ich habe alles gezeigt Ich weiß nicht wer jetzt noch alles neu und aktuell und dazugekommen ist Oder doch nicht dazugekommen ist Oder nicht da ist oder weg ist Ähm Und das wollte ich ja auch nochmal anders machen Hier kommt dann nämlich doch ein Klo rein Und hier oben Neben das Büro kommt dann ein Äh Hier oben ein Äh Eine Etage höher Und dann mache ich hier so zwei drei Stufen hin Dass er hier oben dann eben schlafen kann Ähm Weil hier oben der Platz ist sonst so ein bisschen ungenutzt Und äh Auch wenn man es tatsächlich in äh Mein Test ja nicht braucht Aber ein Klo im Haus ist dann schon schön Ähm So dann mal ein paar Karotten mümmeln Jamm 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 So Hier Komm weg mit dem Gammelfleisch Ja dann nehme ich ganz doll Schaden Aua Aua Gut hier muss ein Fernseher rein Ähm Drei breit Zwei hoch sind die Das müsste ja so weit passen Dann müsste hier hinten nämlich ein Sofa rein Ich würde das vielleicht sogar hier drauf stellen Das Sofa Mal auf den Dings hier Und dann hier hinten nochmal so Tisch und sowas machen Ich würde das nicht zu weit weg hier hinten an die Wand stellen Ich glaube Das ist ein bisschen Obwohl eigentlich ja schon Na Mal gucken ob ich aus dem Kopf hinbekommen Wie ein Sofa geht Ähm Jetzt muss ich erst wieder umstellen hier Ich tausche gerne meine Rechte ein Äh Unified Inventory gegen Fast Move Ist das ein Deal? Ähm So Dann Aber nicht in Weiß Sondern in Schwarz Ähm Mal eben in irgendeiner Truhe mal nachschauen Hier im Aber weißt du wenn Dann will ich auch so stilecht Äh Schwarze Ledermöbel haben Black Dile Und Black Wulle Und Ähm War das so? Nein So war das nicht War das mit drei War glaube ich ein Bett Aber nicht mit der Wolle Doch mit der Wolle geht auch ein Bett Okay Ähm Muss da noch was drüber? Ich weiß es nämlich ehrlich gesagt nicht mehr Ähm So dann Sofa Hier schwarzes langes Sofa Zack Die Idee war gut Ähm Das sollte machbar sein Dann brauche ich ein paar Stöcker Köcker Köcker Für Und ein paar hiervon Oh Ein paar mehr machen gleich Dann haben wir auch mal nämlich welche So Äh Muss Dreckig Zack 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 Da haben wir ja eh mal zwei von Weil äh Werde ich wahrscheinlich Komm Was soll's Wir haben es doch Drei Drei Aber zu wenig Wolle Ja Natürlich zu wenig Wolle So 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 Und ein Kurzes Sofa Das geht wahrscheinlich dann so Ne Genau Guck Alles noch gekonnt Und ein Sessel geht dann wahrscheinlich Schön dass alles so eindeutig ist Gut Dann müssen wir nämlich mal schauen Äh Einen Tisch brauche ich noch So So ein Endtable Dings Teil Mh Ich glaube das war Ne Coffee Table war das Ne Coffee Table Aber Ein End Was war das denn Ein Endtable Den Oh Und nochmal eben Dingsen Dann haben wir nämlich wohl schon mal was da Und dann wird nämlich mal geschaut Das lange Sofa Das kommt nämlich dann doch hier hinten Ich mach das doch an die Ecke Das lange Sofa Aber nicht ganz an die Ecke Sondern nur so Das andere hier hin Den Coffee Table Hier davor Hier müsste dann noch so ein Sessel hin Oder sowas Ne Ich hab ja noch hier eins von Langes Sofa Das kommt dann Das wird doch ganz schön schnell Ganz schön eng Oder Ne Guck mal hier Ich mach mal hier zwei lange Nebeneinander Und ein kurzes an die Seite Ne Weil der Tisch muss ja offen bleiben Oder sollte Finde ich zumindest Dass er offen bleiben sollte Hat man nämlich hier richtig schön Ist halt für mutige Leute Die dann hier sich hinsetzen möchten Ein bisschen Ein bisschen mutig Auf der Seite vielleicht Dann Kommt nämlich da der Fernseher an die Wand Und davor kommen dann noch Regale oder sowas Hier hinten kommt Natürlich Wer wird es ahnen Wer wird es ahnen Und was kommt hier hin Richtig Ein Bücherregal Vielleicht sogar bis oben Kann dieser komische Knubbel da oben weg Sitzecke Sitzecke Es ist wieder Sitzeckenzeit Es ist wieder Sitzeckenzeit Aber erst mal Brauchen wir dann Dafür Was brauchen wir denn Jetzt eigentlich Da haben wir auch noch Ganz viel von Oh hier haben wir hier Die wertvollsten Steine Im ganzen Spiel Was brauche ich denn jetzt Was hatte ich denn Jetzt eigentlich vorgehabt Ich wollte Gleich erst mal Nach dem Fernseher gucken Moment So mal eben War immer noch Ein bisschen krank War eben Gehustet Ach ja Mining Dream Wollte ich Drill Wollte ich auch nochmal Irgendwann bauen Irgendwann hier sowas Wollte ich mal wieder Wegschmeißen Dann brauchen wir Einen TV Heißen die hier Einen großen Plasma TV Geht Guck mal Ist gar nicht so teuer Äh Ich glaube Das kriege ich hin Ne Kriege ich nicht hin Weil zu wenig Sand Das heißt Was brauchte ich Fünf Sand brauchte ich Ne Drei So Genau Fünf Sand Zweimal Eisen Einmal Kupfer Einmal Kohle Das kriege ich doch Alles zusammen Einmal Kohle Zweimal Eisen Ähm So wir haben es doch Äh und einmal Kopper So Dann Bauen wir das Ganze Nämlich einfach mal Zusammen Tam 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 Kohle Kupfer Und Iron Iron Tidding Gut So Schon haben wir einen Fernseher Dann kommt der Nämlich Hier Nein Ach der ist nur Der ist doch Drei Und zwei Genau Hä Aber ich will den Hier bitte in die Äh ich will den In die Mitte haben Das heißt hier hin So Schön Dann äh Das war's Äh vielen Dank fürs Zuschauen Wir sehen das Ich gucke jetzt ein bisschen fern Ach das aber eher so eine Diashow gerade ne Mh Ist nicht so spannend Dann würde ich mal sagen Hier muss noch irgendwas hin Ähm Dann Da müsste eigentlich wirklich nur irgendwas hin oder Mh Kann man da nicht mit Teppich irgendwas Nö Ähm Erstmal ein paar Regale bauen Mh So Dann Äh hier Schelf Ich hatte die nämlich irgendwann versehentlich schon mal gebaut, hab mir dann aber nicht gemerkt, wie das ging. Zack. Oh, hier Weinregal, ne? Nein, Glasregal und offene Bücheregale. Ah, Votable und Blub. Okay. Das ging in den... Ja, natürlich. Und das ging... Ah, okay. Hier erstmal ein Boschen Holz machen. Dann... Nein, nicht die Axt. Das hier. Oh, da krieg ich 15 von. Naja, gut. Und dann war es so, ne? Ne, so, 2 davon. Ich hab's mal rausgeschnitten, dass ich gerade am Kotzen war. So, das ist das. Dann ist hier von 2. Das geht... Ach, mit Snicks. Das ist leicht. Oh, hier ein paar Sticks machen. So. Dann... Ich übertreib's. So, was soll's? Scheißegal, wir haben's doch. Rest schmeiß ich eh wieder weg. Komm, hier weg damit. Hm. So. Und... Dann haben wir nämlich einfach mal sinnlos 20 Regale gemacht. Das müsste, glaube ich, für das erste Mal reichen. Äh... Mach die hier drunter und drehe die dann einfach nach unten, denn das ist immer noch in Ordnung aus und man kann das drunter stellen. Gut, entfällt in dem Fall, äh, aber... Was wir noch auf jeden Fall brauchen, ist ein vernünftiges Soundsystem. So, dann... Kloppen wir den Scheiß mal wieder in die Tonne hier. Das braucht... Die eventuell noch mal aufbewahren. Das braucht eh keiner mehr. Der war auch Verschwendung. Das ist kaum egal. Leitern. Scheißegal. Ja, die brauchst du auch nicht mehr. Damit bin ich ja nun auch fertig. Äh... Stein, ja, kommt auf geschissen. Ich laufe jetzt nicht runter ins Lager. Hm. Hm. Sand kommen weg. Ja. Ja. Ach, scheiß drauf. Weg. Die Pipes sind auch billig. Hm. Ähm... Zin behalte ich mal. Aber der Rest kann weg. So. So. Ich hab mein Inventar halt gerne schön leer. Hab ich nicht grad die... Wollte grad sagen. Dann benötigen wir... Das nicht mehr. Komm hier. Das mach ich ein anderes Mal. Da kann ich mir das ja wieder ziehen. So, dann brauchen wir Audio. So, wahrscheinlich, ne? Nein. Speaker dann. Speaker. Gucken wir doch mal. Speaker. Da, hier. Großer Stereo-Speaker. Und die kleinen, die brauch ich auch noch. Oh Gott. Ähm. Okay. Den tu ich mir auf jeden Fall mal hier rein. Den tu ich mir auch mal hier rein. Das fordere. Das ist einfach. Und die kleinen, lass mich raten, einfach einen großen kleinen machen. Nö. Aber fast. Okay. Ähm. Speaker. Oh, ernsthaft. Eine Spule. Und... Das ist so teuer. Nö. Nö. Einfach nö. Weil nö. Ähm. Jedenfalls nicht heute. Ähm. Da mach ich doch lieber nochmal schnell ein Buch... Ein Bucherregal. Ein Bucherregal. Hab ich denn... Zeug da. Hab ich Zeug. Dann... Komm. Raus hier. Papers. Hört Papers gesagt. Mhm. So. Ein paar Bücher. Tick, 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 tick. Ah ne. Ich muss erst... Und ich könnte eigentlich auch noch mehr Bücher machen. Komm. So. Ah ne. So rum. So. Zack. Da, da, da. Da, da, da. Da, da, da. So. Also drei Bücherregale. Das ist okay. Dann brauch ich noch hiervon. So. Da, 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 da. 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 Da, da. Da, da. So. Jetzt passt das. Na. Ach ey. Ah, ah, ah. 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 Ding. So. Dann machen wir nämlich hier nochmal eben schön ein bisschen Leseecke. Ah ja. Fast Move geht ja nicht. Hm. Wäre natürlich geil, wenn das auf beiden Seiten offen wäre. Ähm. Na, dass man auf beiden Seiten hier... Man kann nicht alles haben. Gut. Ah. Hier oben. Ähm. Ähm. Wenn es dann irgendwann gefixt wurde, dann ist das gut. Hier haben wir ein bisschen gemütliche... Gemütliche Beleuchtung ran. Vielleicht ein bisschen warm am Kopf, wenn man dann da sitzt. Dann machen wir das mal hier oben hin. So. Dann brennt zwar hier oben die Holzdecke ab, aber das ist egal. Das ist mein Test. Das funktioniert anders. Hauptsache man kann dann hier... Diddl, diddl, dip. Gut. Hier kann man schön sitzen. So. Gut. Dann haben wir nämlich hier schon mal... Ey. Wir haben immerhin eine Sitzsäcke gebaut. Yay. Uh. Und einen Fernseher. Und Regale. Da kann man sich dann draufstellen und das Fernsehen blockieren. Was wir auf jeden Fall noch brauchen, ist dann hier irgendwo eine Spielekonsole hin. Ganz klar. Ähm. Und eben halt die Lautsprecherboxen hier hin. Und äh. Ja. Gut. Das geht dann halt von hinten nicht. Aber das soll uns nicht weiter stören. Da kümmere ich mich ein anderes Mal drum. Und ähm. Nächstes Mal bauen wir dann hier unten von unten nach oben. Und hier wieder ein Klo rein. Oder überhaupt mal ein Klo rein. Und dann... Passt das dann auch so weit. Und weil ich's kann... Geh ich nochmal schön in meinen großen Pool. Ja. Wir müssen noch Liegestülle hin, ne? So. Also. Äh. Vielen Dank fürs Zuschauen. Äh. Sag ich dann ganz einfach mal. Hoffentlich. Man weiß es nicht. Hoffentlich bis nächste Woche. Und ähm. Genießt die, äh. Herbstzeit. Oder was auch immer. Ähm. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Tschöö. Och. Untertitelung des ZDF, 2020